Es gab mal eine Zeit, da waren Nachrichten ein ehrenvolles Gewerbe. Aber dann wurden sie anzüglich und vor allen Dingen dämlich. Ähm, 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 scheiß drauf. Ich freue mich sehr auf den zweiten Teil. Der erste war schon extrem lustig. Ich habe den ersten Teil schon gesehen und da habe ich auch schon viel gelacht. In dem Film habe ich natürlich die allerhöchsten Erwartungen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Ich freue mich erst mal, Ron ist mein Vorbild. Oh, Herrgott, tut mir wirklich leid. Heute geht es in der Top-Story um Crack. Grandioser Film. Ich habe noch nie so einen lustigen Film gesehen. Hammergeiler Film. Super lustig. Es war so drüber, dass es schon wieder geil war. Die trauen sich wenigstens was. Er sagt, sie sind ein krankhafter Alkoholiker, ein Rassist. Und ich sagte, ey, du dreckiger Polacke, es ist 10 Uhr morgens. Lass uns erst mal was trinken. Das war grandios. Wahnsinnig witzig. Großartige Komik. Wir haben extrem viel gelacht und es war wirklich cool. Der beste Ehemann, der beste Anchorman, der beste alles. Er ist großartig. Ich liebe ihn. 93! 93! 90! 4! Untertitelung des ZDF für funk, 2017